dass ich, wenn ich das Kabel einstecke, kein Brummgeräusch habe. Hallo ihr da draußen, wir sind Brubberma aus Regensburg und wir machen Future Rock. Das ist Rock mit Synthesizer-Einflüssen, der so ein bisschen in die 80er-Richtung reinschlägt. Und heute haben wir ein ganz besonderes Video für euch, denn wir verkabeln heute unseren Bandraum, bauen uns selber Kabelschächte und führen euch ein bisschen durch den Raum und nehmen euch mit auf eine kleine Reise. Viel Spaß! Wir sind vor einem Jahr umgezogen mit unserem Bandraum. Wir haben jetzt eigene Räumlichkeiten hier. Wir haben den selber ausgebaut. Wir sind alle keine Handwerker. Wir haben hier sehr viel Liebe reingesteckt. Wir haben vor, dass wir heute einen Kabelschacht nach hinten ziehen. Das sind so die letzten Dinge, die wir jetzt machen müssen. Genau, das schauen wir uns mal an. Jetzt, wo wir fertig sind mit dem Kabelschacht, können wir an die eigentliche Aufgabe gehen und mit dem Verkabeln beginnen. Vielen Dank. Bei der Auswahl der Kabel hat uns der Cordial Cable Finder sehr geholfen. Da kann man sich die Kabel, die man braucht, von Länge, von Steckertypen, wie man es braucht, zusammenstellen und auch sehr ausgefallene Kabel, zum Beispiel Klinke auf XLR, kann man sich da ganz einfach zusammenstellen und das haben wir getan. Für mich als Gitarrist ist hier zum Beispiel die Cordial Peak Reihe ganz gut. Ich habe hier eben das Kabel mit Silent Stecker, der hat die Funktion, dass ich, wenn ich das Kabel einstecke, kein Brummgeräusch habe. Das kennt man ja oft, wenn man sagt, man steckt mal ein Kabel ein oder aus, Instrumentenwechsel und so weiter, dass man quasi dieses Brummgeräusch hat. Hier ist dieser kleine Schalter, der sorgt dafür, dass es nicht ist. Des Weiteren haben wir hier die Edition 25, die eben die Farbe Gold-Schwarz hat. Das war jetzt für uns aus persönlichen Gründen interessant, weil wir als Band auch in Gold-Schwarz auf der Bühne performen. Und ja, genau, soviel dazu. So, dann sind wir auch schon fertig mit der Verkabelung. Wir freuen uns total, dass wir jetzt bei uns im Raum hochwertige Kabel haben und das alles sauber verkabelt ist. Ich hoffe, ihr konntet euch vielleicht ein bisschen was mitnehmen aus dem Video und wünsche euch eine schöne Zeit. Ciao.